So Leute, entschuldigt bitte den schnellen Abgang im letzten Video, aber meine Zeit wurde knapp. So, wir haben Toto kennengelernt, einen, ja, keine Ahnung was das sein soll, einen Maulwurf mit Brille, ich weiß es nicht. Ja, und wir werden uns später in seinem Turm mit ihm treffen. Ja gut, das ist jetzt bla 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 bla, und er wird uns dann weiterhelfen. Ein anderer Bekannter der Prinzessin? Äh, ja, und? Hat dieser Professor Popo nun die Silbernadel rübergeschoben? Äh, äh, Professor Toto und so. Ach, gee! Mir egal ob Toto oder Lotto, auf jeden Fall ist das eine beschämende Sache für Tantalus. Naja, so wie es aussieht, wirst du wohl noch eine Weile den Babysitter spielen müssen. Echt, oder? Klar, oder glaubst du Professor Dudu gibt dir die Silbernadel? Äh, sorry Leute, der Typ ist so geil. Äh, ja, wenn Garnett nicht dabei ist, genau. Also Prinzessin, ich verlasse mich darauf, dass Professor Bobo... Äh, ich krieg mich nicht mehr ein. Äh, der Typ ist so kaputt, Professor Bobo, äh, DJ Bobo oder was, die Silbernadel rauskriegt, ja. Der Professor hält immer sein Wort. Gut. Das schlaft erst mal. Dieser Professor Risotto wird wohl auch eine Weile brauchen. Tut mir leid, ja, Leute. Ja, schlaft erst mal. Soll ich mich jetzt hier aufs Ohr hauen, oder was? Äh. Ich hab grad echt einen Lachflash, ey. Äh, Bark, der ist echt der Genialste von der ganzen Tantalus-Bande, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, ähm, nach links sollen wir also gehen. Überhaupt kein Problem, das werden wir doch machen. Ähm, dann schauen wir uns mal um in diesem netten Türmchen. Jetzt dürfte er offen sein. Yeah! Jetzt kommt wieder einiges an Gelaber. Noch, so. Sie läuft automatisch. Dö, dö. Ach! Ach? Ach, da oben steht er ja. Der Professor Popo. Professor Toto. Toto Lotto. Hahaha, Risotto. Bobo und Popo und Bubo und keine Ahnung, ey. Ach, zu genial. Zu genial. Ja, da bin ich. Prinzessin, bitte vergib mir meine Dreistigkeit, euch in solch einer schäbigen Behausung zu empfangen. Aber echt. Hier wohnt ihr also, Professor? Ich verließ Alexandria und war seitdem ständig auf der Suche nach einem Geldgeber für meine Forschungen. Doch glücklicherweise fand ich hier in Treno bald einen Gönner und ließ mich nieder. Aber wie bezaubernd ihr geworden seid. Mein Herz ist erfüllt von Freude, dass es mir noch einmal vergönnt ist, euch treffen zu dürfen. Professor Toto, es freut mich euch bei so guter Gesundheit und Laune anzutreffen. Oh, ich sehe, die Prinzessin hat in euch einen treuen und verlässlichen Reisebegleiter. Ja, ich könnte nachts nicht ruhig schlafen, in dem Wissen, dass die Prinzessin auf so einer gefährlichen Reise allein zurechtkommen muss. Ein ernster Zeitgenosse wie eh und je. Ihr habt sicher eure Gründe für diese Reise. Ich werde euch also keine lästigen Fragen stellen. Jedenfalls habe ich die Silbernadel in diese Truhe getan. Bitte verfahrt mit ihr, wie es euch beliebt. Ich bin dann mal so frei und so. Unverschämter Kerl. Ein Dankeschön wäre ja wohl das Mindeste. Bitte beruhigt euch, Hauptmannsteiner. Ist es in Ordnung? Äh, ja. Ist es denn wirklich so in Ordnung? Ich glaube, hier oben gab es was. Gehen wir mal nach oben. Ne, da ist nur eine Falltür. Hä? Ich dachte, hier gab es was dahin. Hä? Da war ich wohl auf dem Holzweg. Na egal, dann gehen wir wieder runter. Bam, bam, bam. Und runter dann. Hochgeschmissen. Professor, ist das der alte Gaia-Globus? Richtig. Eine recht akkurate Nachbildung des Planeten, der uns beheimatet. Gaia. Wer hat mich damals viel gelehrt, Professor? Ich hoffe, mein trockener und langweiliger Unterricht konnte euch im Nachhinein betrachtet das ein oder andere Mal zum Nutzen gereichen. Nein. Nein. Oh, müssen wir das? Oh, ja. Entziffert man mehr als 500 Jahre alte Schriftstücke, stößt man doch immer wieder auf zwei bestimmte Begriffe. Zu einem Schatzkristall, zum anderen Esper. Aber beide Begriffe findet man in keinem einzigen Schriftstück, das jünger als 500 Jahre ist. Laut dem angesehenen Archäologen Frederick Ash, oder Frederick Ash, handelt es sich bei den Schatzkristallen um Ketten, die in Alexandria von König zu König weitervererbt wurden. Ja. Jedoch kommt es mir seltsam vor, Ketten als Kristalle zu bezeichnen. Und auch seine Abhandlung über die Beziehung zwischen Bestia und Steinen kann man nur als überaus interessant bezeichnen. Professor Toto! Der Typ, der labert mir auch eindeutig zu viel. Ah, Prinzessin! Ihr habt ja gerade wieder ein ganz schweres Buch gelesen, nicht wahr? Ho, ho! Leider habe ich bereits so gut wie alle Bücher hierdurch. Boah! Es ist nur, dass sich mein Geist beruhigt, wenn ich von Büchern umgeben bin. Puh! Ich finde ja schwere Bücher ziemlich doof. Prinzessin, ihr solltet euch aber eine Sprechweise angewinnen, die eurem edlen Blut entspricht. Schwierige Bücher missfallen euch also, meint ihr? Gut, gut. Aber obwohl mir schwere Bücher missfallen, so war es letztes Mal sehr spannend, als ihr mir aus dem einen vorgelesen habt. Wie hieß es doch gleich nochmal? Ähm... Deine Taube möchte ich sein? Eines der Werke von Meister Eivon. Sehr wohl! Mich düngt es ebenso. Na, was sagt ihr? War das meinem edlen Blut angemessen? Ho, ho, ho! Mich düngt, ihr solltet heute nicht vergessen, eure geliebten Lilien zu düngen, teuerste Prinzessin. Professor Toto, was ist denn das hier? Ein Gaia-Globus. Ein Modell des Planeten, auf dem wir leben, sozusagen. Gaia-Globus? Leben wir etwa in dieser runden Kugel? Äh, ich meine diesem Globus? Ho, ho, ho! Nicht in, sondern auf dem Globus, beziehungsweise auf dem Planeten. Boah, mir tut die Fresse vom, äh, Lesen weh. Moment mal! Ein Planet besitzt Energie, besitzt Leben und das wird zur Grundlage der Theorie über die Beziehung zwischen Steinen und Beschwörung. Oh, er verfällt wieder in sein, nachdenklich, in sein, in sein, ja. Und das bedeutet wiederum... Das ist es! Oh, Prinzessin! Ich bitte vielmals um Verzeihung, ich habe mich mal wieder hinreißen lassen. Dann gut! Sag mal, wo ist denn auf diesem Globus mein Zimmer? Äh, nun ja, dermaßen detailgetreu ist solch ein Globus leider nicht. Aber das Schloss ist drauf, oder? Nun, ich befürchte auch... Und, oh, es ist Schloss! Und meine Mama und die fette... Die fette Brain, die muss man doch sehen vom Weltraum aus. Ah, meine Fresse! Ah, mir tut meine Fresse weh vor Lotterien. Es ist jetzt bald acht Jahre her. Ja, wie schnell doch die Zeit vergeht. Seitdem habe ich wie immer Bücher und andere Materialien zusammengesammelt, um meine Forschungen fortzusetzen. Und der Gaia-Globus? Ja, der hat schon so einiges durchgemacht. Aber ich reparierte das gute alte Stück und benutze ihn nun als Sternwarte. Die Sterne aus dem Herzen Gaias betrachten. Eine irgendwie interessante Perspektive, wie ich finde. Das stimmt! Prinzessin, ich möchte euch nicht belästigen und über die bisherigen Geschehnisse ausfragen. Aber ihr sollt wissen, dass ich auf eurer Seite stehe. Wenn ich euch also mit meinen bescheidenen Fähigkeiten zur Hilfe gereichen kann, so wäre es diesem alten Wirkkopf eine große Ehre. Professor Toto! Hör auf, so viel zu labern. Das würde mir sowas von helfen. Ja, die Königin geht so weit. Ja. Er will mir also helfen, nach Alexandria zu kommen. Aha, ja, ein alter Mechanismus. Okay. Oh, hier entlang. Das führt also nach Alexandria? Genau, er will auch nach Alexandria, damit er Black befreien kann. So, das wird jetzt hier nicht mehr gelabert und nicht mehr synchronisiert. Und, ah, weiter geht es hier. Kriege ich noch was von dir? Schade. Sau. So, und runter geht's. Endlich geht es weiter. Boah. Ich hab gedacht, es geht gar nicht mehr weiter. Der Gargantula-Tunnel. Oha. Die Musik ist lustig. Ja. Genau, okay. Dieser Tunnel verbindet also Treno mit Alexandria und wird von sogenannten Gargantulas beheimatet. Beziehungsweise, sie dienen als Transportmittel. Habe ich einen Brief für dich? Oh ja, tatsächlich. Aha, aha, ja. Noch einen Brief? Nein. Ich hätte so gerne einen Brief. Das interessiert mich nicht so sonderlich. Wir gehen erst auf diese Seite, weil wir erst diesen Schalter dahinten umlegen müssen, bevor es weitergeht. Plattenpanzer. Ich glaube, man kann hier an dieser Stelle auch sehr gut leveln. Und das werde ich auch off-screen machen, damit ich meine Karas ein bisschen aufpowere. So, jetzt habe ich den Schalter umgelegt. Das heißt, ich kann jetzt weiter machen. Ich werde auch off-screen ein bisschen leveln hier. Ich weiß ja nicht, vielleicht so drei, vier Level hoch. Je nachdem, wie viel Erfahrung ist. Oh, den Gegner kenne ich auch noch. Ähm, ja, die Mephisto-Bälle oder Mephistolibelle oder irgendwie sowas. Bam. Na, komm, mach ihn. Bam. Ach du Scheiße. Bam, was ist das denn für ein Schaden? Gott sei Dank habe ich Steiner die stärkere Waffe gekauft. Der Leben. Nein, ich dachte schon. Sonst könnte das recht haarig werden. Boah, schicke Schwert. Wie viel Erfahrungspunkt ist? Okay. Ja, das werde ich off-screen machen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. hier im Gargantula-Tunnel wieder, wenn es heißt, Let's Play Final Fantasy 9. Ho, 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 ho. Seid auch dann wieder mit dabei, wenn Lucifer wieder nur mal Mist labert. Ich hoffe es zumindest, dass es euch wieder einigermaßen Spaß macht bei mir. Und bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.